Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 BGFarm. Mit dabei haben wir den Sven, den Friedl, den Schweizer Simon, Hago, hallo. Moin, hallo. Wir haben erfolgreich Gerste verkauft. War ein steiniger Weg, aber jetzt wissen wir es auch, wie es funktioniert. Ne, Hago? Ja. Da muss man so eine Tür aufmachen und dann geht das. Da fahren wir gleich nochmal, oder? Eine Runde haben wir noch. Eine Runde haben wir noch. Ja, besser wird es nicht. Sorry. Ich fahre jetzt nochmal da hinweg. Ich glaube, der ist schneller. Der ist schneller auf alle Fälle. Alter, der geht bergrunter hier. Ja, ja, der ist richtig rambazamba. Du musst vorne beim Schranken... Ja, fahr einfach, wie du meinst. Wo bist du jetzt hin? Ja, hier. Fähre, oder was? Fähre. Was? Oder wo bist du langgefahren? Ja, bleib mal stehen. Oh, ich habe wieder diesen Bug, dass ich nicht so schnell fahren kann. Hm? Da raus, da komme ich doch zur Fähre, oder nicht? Das ist auf jeden Fall keine Probleme mit den Blitzern. Ja, das stimmt. Wo bist du? Ah, da ist er. Warte mal. Lass mich mal vor. Ich muss mal gucken. Ah, doch, da vorne. Doch, Fähre. Entschuldigung. Hallo. Was war das? Langsam! Wieso? Da ist ein Blitzer. Wo? Irgendwo hier muss er... Warte, muss ich mal gucken jetzt. Wo ist hier ein verdammter Blitzer? Ich wurde gerade geblitzt. Hier ist doch kein Blitzer. Ja, hier wurde ich gerade geblitzt. Ach, hier, hier! Guck mal! Das ist nicht der Ernst, oder? Wie mit, Polizist, ist das so? Gibt's da? Nee, ich fahr's weiter, Alter. Mitten im Busch hier ist nix weit und breit, weißt du? Das gibt's da gar nicht. Dann war ich da doch vorhin, der geblitzt worden ist da hinten. Oh. Oder du, aber erfuhr. Das ist eine Frechheit, ey. Die brauchen gar keine Steuern. Die nehmen so viel mit Strafe ein. Ja. Geht's zum Händler. Geben Sie mir das Fahrzeug, das langsamste Fahrzeug, was Sie haben. Ja. Oder so ein Radarwarner. Gibt's ja auch, ne? Ja, ist aber verboten. Ehrlich? Mhm. Gut zu wissen. Mal gucken, was jetzt passiert. Ja, es ist Software-Update. Später da in den Linken. Ach, ach, nee! Alter, hier ist aber richtig tief. Kommen wir nachher. Alter, hier ist aber richtig geschmeidig tief. So macht man das. Boah, ich werde den Deutz-Motor schon wieder heulen, ey. So! Mit der vollen Fuhre durchgefahren? Nein! Das würde ich nie machen, Hargo. Ja, wo ich gerade gesagt habe, das geht auch nicht. Boah, hier ist ein bisschen schwindelig hier. Haben wir Serpentin, ne? Ja, Serpent. Aber ich kann nicht jetzt wieder die ganze Folge lang fahren. Das geht nicht, Hargo. Ja. Simon? Ja? Wie weit bist du mit Mähen? Hälfte. Kann ich schon mit dem Schwader kommen? Äh, ja. Muss noch gucken, ob der Waltra stärker ist, weil das Ding hier ist nicht so geil. Aber, Jungs, wir haben 130.000. Was sagt ihr denn dazu? Ich weiß nicht, wo ich hinfallen muss. Ich fahre hier lang. Endlich wieder schnell fahren. Nein! Das ist die falsche Denkensweise, Simon. Können wir mit der Polizei nicht irgendwie so ein Abo abschließen? Ja, aber das juckt dich halt nicht, ne? Aber gleich fährt er vorbei, der Hargo. Der will. Der will unbedingt. Na? Na, wo ist er? Na? Danke. Na los. Äh. Ah, ich hab noch einen, den muss ich jetzt mal ausmachen. Ah. Jetzt. Dernächst kommt der nächste Berg, ich bin gespannt. Also kommst du schon näher, ne? Obst du denn kommt, keine Ahnung vom Vorderen? Also ich glaub, deine Kiste ist auch 60. 53. Ja. Alter! Mach doch endlich diesen! Moin! Schubst du mich weg, Alter! Was? Das ist ja... Das sind ja hier Kollegen, weißt du. Entschuldigung. Da brauchst du keine Feinde. Aus dem Windschatten. Ey, ich bleib immer an den Bordstätten hängen hier, ey. Müsst du meine Anlänge haben, Hargo, nee, ne? Wie geht denn bei dir rauf? 39.000. Oh, okay. Können wir nicht irgendwas zur Ölwille bringen? Die ist genau nebenan, ey. Ja, Mann. Oh ja, Böden. Willst du deinen Takt haben oder willst du meinen haben? Ich behalte meine Meere. Soll ich den Anhänger hinstellen? Ja, ne? Ja, Hargo. Ich nehme jetzt mal den Steyr. Ich habe zwar schlechte Erfahrungen mit dem Steyr, aber ich nehme ihn trotzdem. Oder was haben wir hier hinten noch stehen? So ein lauter, so ein Brüller? Oh ja, so ein Brüller. Gelbe steuern. Muss auch noch irgendwo, dass er unterwegs ist. Nee, da ist, da ist, der ist unterwegs. Den habe ich nämlich umgebaut. Ja, Mann. Wärts gut. Wird grad sein. Oh, hier im Getreidelager, alles voll Mäuse. Guck mal. Meine Güte, tritt drauf, ganz kräftig. Oh, was bist du denn für ein Schmuckstück? Oh. Oh. So, Simon ist jetzt wo nochmal? 62. Nee, das ist in der Nähe von der 9. Rechts von der 9,50. Aha, das heißt, ich fahre jetzt hier. Okay. Und denk an die Blister. Ah ja, da war da was. Da hinten bist du am Gras mähen? Hm. Wer hat dir das dann angetan, ey? Mutter sehen, alleine ist, hier ist keiner. Da sagt sich auch Fuchs und Henne, gute Nacht da oben, ey. Schöne Aussicht von hier oben. Habt ihr jedenfalls den Ballenmultiplikator hier drin? Was für ein Ballenmultiplikator? Naja, den größer Macher, dass du da 20.000 reinkriegst. Das weiß ich nicht. Sonst, da fährst du fest, ja, auch mal dusselig. So Gärtnerei, weiß schon, ne? Werner kennt den Weg ja jetzt. Ja, mal zu, ganz schön. Das funktioniert. Sonst zur Not. Fallen auf dem Fuß, auch noch nicht gemacht. Ja, da war das Spangboot hinten drauf, also wüsste gehen. Ups. Wer war das? Argo? Nein. Betriebskostenfahrzeuge. Ich hab nichts gemacht. Der hat gar nicht Geld. Achso. Argo ist, glaube ich, schon ein bisschen so ein Raudi, ne? Also wird Geld abgezogen schon. Argo? Macht der Gewohnheit. Ob er Ritschi nicht hier ist, ey. Ja. Ich hab dann schon längst bleibe. Sonst wären wir da schon klar, woher das kommt, weißt du? Aber... Warum haben wir eigentlich keinen LKW für die weiten Touren? Wir können da einen kaufen. Mir ist das schnuppig auch, ne? Äh. Bin ja gleich da. Aber wenn, dann Sattel. Das gibt doch diesen Schmocken da von... Der zum Map gehört. Ehrlich? Welche ist denn das? War nicht so schlecht aus, eigentlich. Wadda. Hm. Aua. Achso, das Transportsystem, meinst du? Ja. Geht eigentlich. 150.000 mit einem guten Trader? Ja. Was geht denn da alles mit? Danach sind wir blank. Ja. Die Kipperwechselbrücke hat auch... Achso, da kann man... Okay. Ja, schlecht ist es nicht, ne? Also... Aber mit dem Traktor nicht nur sehr... Soweit ich hin und her fand, ist halt einfach... Bleh. Simon, ich bin da. Hätte sich, wer kann. Viel hast du noch nicht geschafft, ne? Wow. Du wirst erstaunt sein, wie groß diese Wiese ist. Ja. Also sie geht da hinten hinter dem Horizont noch weiter. Mit dem Horizont geht's weiter. Also wenn wir jemanden haben, der frei ist, äh, Ballenpresse und, ne? Zweiter Gang. Merk selber, ne? Wir sind noch zur 5. Ja, ich wollte nur sagen, ne? Dieses jemand, der der Meinung ist, oh, ich komm mal mit Pause machen hier, ne? Aber da bleiben doch bestimmt ein paar Ballen für den eigenen Gebrauch über. Bestimmt. Also die Wiese geht hier noch weiter, ne? Ja, sicher. Jetzt noch ein ganzes Stückchen runter. Meine Güte. Also ich bin da mit, ich weiß nicht, mit 10 kmh hochgekommen. Sind wir froh, dass wir da Quaderballen machen müssen und keine Rundballen? Jetzt erst mal suchen. Jetzt brüllt er aber, du. Jetzt brüllt er aber richtig. Nein, nein, wo bist du? Ich seh dich überhaupt nicht mehr. Hallo, da ist er auch. Da, er kämpft nicht mehr den Bächel. Wobei ich glaub, du brauchst nicht so viel Leistung. Ne, es ist ein Schwader. Ist zwar ein Vierkass-Schwader, aber geht er nicht. Ja, das kommt davon, wenn jemand mich fragt, ob er irgendwie Gras mähen kann. Ja, klar kannst du Gras mähen, kein Problem. Ich hab da auch kein Problem mit. Ich glaub, wenn ich rückwärts in den Berghof, fahr ich mich schneller. Gut, den braucht Weile. So, fertig. Fertig. Okay. Wir sehen. Ja, Ballenpresse und dann gibt's ein Wiedersehen. Hallo, Schreiz. Nee, ich glaub, ich muss halt lang. Müsst ja nicht da sein, wo ich angefangen habe zu schwaden. Mhm. Wow, du bist jetzt einmal rum. Ich bin schon einmal rum, wolltest du sagen. So, machen wir das mal kurz hoch hier. Loll. Katzing. Weitermachen, Argo, weitermachen. Läuft. Ja, wenn wir so weitermachen, dann läuft. Läuft würdig. Paar mehr Missionen vielleicht, wenn wir da mal Zeit haben. Dann geht das richtig gut voran. Gegrüßt hast du schon alle, Argo, ne? Ja. Wunderbar, dann haben wir das für heute schon wieder erledigt, das Thema hier. Liebe Leute, wir sind fertig. Wenn's dir gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da. Gerne reinschreiben, was wir uns von dem Geld kaufen sollen. Sollen wir noch sparen? Sollen wir uns ein Feld kaufen? Sollen wir uns diesen dazugehörigen LKW kaufen? Auch das wäre eine Option. Schreibt das gerne mal rein, wir schauen das gerne an. Und bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao!